Hallo Leute, Willkommen bei Let's Play Minecraft. Das ist jetzt eine Let's Play Reihenfolge. Diesmal spreche ich mit Paya und meinem Bruder. Und... Ja... Sagt mal was. Paya das Kampfschwein. Hallo. Ja, wir werden eine Stadt oder ein Dorf aufbauen. Und... werden dann mal sehen, wie's funktioniert. Ein ganz normales Let's Play. Ja, ein Let's Play together. Okay. Kommt. Dann fangen wir mal an. Ich... sammle Holz. Wer nicht. Du. Mh. 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 noch mal war doch mal reißen hier das recht das war ja mal schwert und Prozent längst es ist es wird sagt viel Holz und wird das ging ja schnell wir haben auch eine Schluchtwerke besser die Schlucht ja in der Schlucht sieht man viel mehr also gibt es viel mehr Althams fürs Erste eine Höhle tut es auch und den Kölzen Essen errichtet ja ja auch so ein Mal der Essen und Zucht Sachen wenn wir uns aus dem okay okay du wirst stein und ich sammle Holz ich habe immer das Landste dort schon über ein Steck über ein Steckholz ich habe Karmann 20 ich habe noch eine Höhle mit Eisen gefunden er hat aber auch reißen ab ja wochen Proofen das ist aber Eisenkohle alles hat also so hat so gut ja wenn ihr wollt wir haben jetzt auch eine Gänse oder zu dem Punkt Microsoft.de der wird sich aufgebaut wird heißt äh dabei gibt es nur acht Hanger Games und Capture the Flag aber es wird noch mehr kommen da bauen wir auch alle mit Wann kommt Spliff? Spliff äh wir sind jetzt Urlaub nach dem Urlaub und ja wir haben jetzt auch schon einen der sich mit Pluggits auskennt der Pluggits programmieren kann und ja der wird sich auch um das ums Management kümmern das alles funktioniert ja auch bauen würde helfen ich habe noch eine Kasse kurz ich machen Holzbatter mit Brotten brauchen wir Sand für Glas näher zurzeit noch nicht brauchen wir nackt später erst alles okay so ist später Joachim aus der Schammer Joachim aus der Sorge schon steigen äh stein noch nicht aber Eisen und Eisen kannst du mit Holz abgebaut klar funktioniert sicher Sammelstein ab wie Baustein ab Sammelstein abgarten ja hallo deutsche Sprache schwere Sprache Sammelstein abgarten ja diese Videos werden ungefähr 20 bis 25 Minuten lang werden und unendlich viele Parts geben naja mindestens mal 1000 Parts zu bekommen mindestens und es wird jeden also nach dem Urlaub wird jeden Tag sein Video hochgeladen jeden Tag und ja mit der Zeit vorgestern wieder Internet das ist alles noch in Kärnten das mit dem Urlaub brauchen wir eigentlich nicht sagen weil es wird sowieso erst nach dem Urlaub hochgeladen die erste Folge ja also wenn ihr das Video seht ich war bis gestern Urlaub ich mache mir einen Lederbruch kann nicht machen wir auch was machen wir das sind am 8 Leder und keine Kühe mehr alle tot irgendwie würde trotzdem gerne ein Haus bauen ne hier noch nicht hier ist nichts wir bräuchten auch Bett kann man darüber kann man bei Minecraft Vanilla selber überhaupt schlafen keine Ahnung der ist er dann kann man bei einem Land kann man bei Lanzauern schlafen ich müsste okay er braucht nur drei Beiten jetzt ist er noch nicht ich habe ich noch ich habe ich noch ich habe ich habe ich noch er hatte kann man aber mit dem Bruder auch mal mit Spielen irgendwann mal kann sein wahrscheinlich nicht aber kann sein bei einem von 1000 Parts wird schon dabei sein weil letztendlich einmal berühmter wird sind sind wir schon oder ja wenn ihr gute Sachen bauen könnt dann könnt ihr euch auf unserer Homepage www.letz2game.de bewerben uns ein Foto eurer besten Map schicken und ihr also wenn ihr mit Partner auf unser Server wird könnt ihr nachher auch einen Teil anderen Einnahmen teilhaben und ja so jetzt bin ich hier ganz alleine ja komm herunter wo ich bin hier ich bin hier von dir aus gesehen links recht neben dem Dschungel wo ist der Dschungel ich bin da irgendwo in der Nähe von der Schneewald ich hab auch eine Schlucht gefunden warte mal wie meine Grafik oh nee wie ist der Wolle wie ist hab sie Kürbis gesehen ich hab noch mal ich habe aber nicht kein Kürbis und ich habe ein Bett also die Materialien dafür ja es ist gut nicht und ich hab ja gesagt Kürbis nur ich bin hier irgendwie ganz alleine kann immer zurückkommen zum Spar und mich irgendwo hinführen Prozent weißt wobei er ist das zu essen und ich habe ich habe sie mal 20 um Robby dann Prozent grills oder Koch ist dann bringt es dir mehr die Heilung das ist mir klar nur ich brauche würde mal steinkommen ich bin aber jones das irgendwo und du bist auch irgendwo weit weg ja ich bin gerade am stein abband da hinten kürbis ja und hier ist die Schlucht hier ist eine Schlucht ja warte ich brauche es ab Kürbis 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 der Auster die Kühe wo kommt der in die Woche her Österreich Deutschland um Engen Amerika Spanien Frankreich sicher Engen aus Amerika sieht unsere Videos an klar und der versteht dich dann auch noch und der versteht dich dann auch noch ich spreche Englisch sehr gut naja unser 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 Mottotal was über dreieinhalb tausend Leute eingesehen haben das waren fast nur Amerikaner ja naja ja wir haben auch aufrufen wenn dieses Video nur ein paar hundert hat aber oh ja but 100 more than 10 ja so bist du ich bin in die Schlucht reingegangen wo ist eine Schlucht? da ist ja noch ein Loch nein da ist eine Schlucht nein da ist ein Loch dann such dir eine Schlucht ich verhungere fast ne ich habe mich fehlen eineinhalb essen komm her bitte ich bin hier irgendwo wo der große Baum war wo der große Baum war toll ich bin in der Schlucht das Leben in der Schlucht fast in der Schlucht ich finde die Schlucht nicht ja das kann man her und zeigen mir die Schlucht ja komm gleich hm 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 von Racer ja nein, noch nicht wann bekommst du das? nach deinem Urlaub Racer mit kaufen hast du es schon? nee, ich hab alles auch nicht ich hab alles von Chris und ja kaufst du dir auch ein Racer? nee, ich keine Ahnung, ich schau mal äh, Jonas das was? ich wollte irgendwie Untergrund der Chef, der Chef, der zu später was wird als ich mir Prime suggestíveいた Golecteur dieке ich hab� der thiess ok, wo bist du? Oh ich bin im Hut oder sein Euro gesagt r… will du bist nochwives in Ar France durch die Sprengung und so und das ist ein Zettbewerbsbauer auf in Nordau ich habe auch es ist schon mal und es heißen er wurde ich habe Kohle heißen ich habe alles das war eine Götter über kommt zu mir ich habe alle Tierkräfte in der bereiten wir auch weiter Hey, wer hat Tag gestellt? Das ist nur der Ofen. Oh. Wer hat Tag gestellt? Das ist nur der Ofen. Oh. Man kann doch nicht alles wissen, oder? Man muss wissen, woher steht. Oh, da ist noch Himmelnacht. Ich baue da mal, äh, den Gravel ab. Gra... Kampel. Cheese. Für Feuerzeug. Kavil. Kole, 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 Kole. Kole, Kole, Kole. Kole, Kole. Hey, da oben ist Eisen. Kann man Eisen mit Stein abbauen? Ja. Ich brauch Stein. Mach dich gar nicht mehr so. Kole, Kole, Kole. Ich hab im Ofen. Oh, Kole, Eisen ist im Ofen. Äh, hast du Essen? Ich verhungere. Hol dir Stein und mach dir in den Ofen. Ja, und was, der voll nette Bruder holt dir Stein und macht den Ofen. Mann, jetzt gib mir gleich ein Essen. Mach dir in den Ofen. Nee. Und hab dir in den Ofen. Gib mir Essen. Ich bin hunnig. Ich darf nur nicht abkratzen. Kole, 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 Kole. Ich darf nur nicht abkratzen. ne ich habe heißen ich habe Korte ich hab die erst Blatt denn er hat den ich habe auch sehr gut war Klazer Warte ich bin das bitte bist skype-fund skype die ja als neue member hat über skype etwas geschrieben ja wir bist auch wer ist der grüppel um ich könnte irgendwie mal könnten wir uns wieder alle zusammen treffen irgendwie irgendwo ja ach ja nächste Woche Mittwoch kommst du oder treffen wir uns in Ausbach ja wahrscheinlich weiß keiner wo das ist naja und dann komme ich mal zur Tür naja ich fahre zu dir herüber bei einer Nacht bei dir und dann fahren wir herüber oder naja er ist immer ein Mann Tom Pekter ab sichern und ich mache es an in der Minute und 15 Minuten auf wo ist ein guter Sender die Gebrauch Klaas aber dass du erwartet wir sind besser als krank wir sind besser als krank wir sind besser als krank nee 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 achja äh falls ihr Weißweiß nicht kennt er hat gesagt ich soll Werbung machen dafür bekommen oder hilft ihr mir manchmal oder ja was auch immer weiß ich auch immer also äh wer weiß was er den Server nicht kennt äh steht in der Beschreibung wahrscheinlich oder bald oder was auch immer weil von einem Partner von Weißweiß der ging mit mir jetzt da vier Jahre lang Schule ich bin drei Jahre neben ihm gesessen und daher kenne ich sie alle war es ähm war der Lukas der mit Tempstu ähm das mit den ganzen Pockenlaring gemacht hast? nö das war der der uns das nie glaubt hat und dass wir das machen äh wovon der Weyer redet äh vielleicht wenn ich mal ein Foto auf die Homepage hochladen und das den Link nachher in die Beschreibung stellen dann könnt ihr das auch mal anschauen was für ein Foto achso was mit den Pocken? von unserem Bankfach haha Leute ihr glaubt nicht wie geil das aufgeschaut hat wir hatten zwei Subwoofer äh zwei Verstärker äh zwei Mittelton und zwei Power die haben in unserem Bankfach eingebaut Adkender kennt sich keiner aus aber und die Lehrer haben nicht mal dagegen gesagt in der Pause haben wir voll Musik gehört dass man das in der ganzen Schule gehört hat und alleine komm ich ja dieses oder nächstes Jahr in eine neue Schule da wird das nicht nur zu leicht sein haha aber Leute schreibt mir in die kommenden Tage wie alt ihr seid beziehungsweise in welche Schule geht also Hauptschule, Mittelschule, ähm ähm äh Studium haha oder ihr arbeitet schon oder ihr seid zentoren oder keine Ahnung was auch immer als wir gehen Mittelschule oder kommen jetzt in Mittelschule Adel was ist Adel, Mittelschule nein ich höre Technik in die Lernstadt das ist die Oberstufengnasium also ich brauche nicht Mittelschule, oder? doch doch für mich nicht es ist egal ohle, 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 ohle auf welchem Mal sind wir es dem neunten Schuljahr oder? ich hab 31 eisen, hallo ich hab full iron ich hab full iron ich hab full iron jetzt ist mein Spitzack wir sollten dich mal suchen sag ich ja aber nein ich bin hier voll alleine ich mach mal ein Schwert ah, ich kann's auch cool ich bin ich toll, Jonas ups mir macht man ein Schwert so Leute, ich mach mir jetzt noch mal eine Spitzsacke und warte bis mein Iron fertig ist dann so gleich so, unser Haus werden wir glaube ich in der dritten, vierten oder fünften Folge bauen dabei werden wir nur mal Höhlen erkunden und die Gegend erkunden ich bin dafür mit Laufen einmal sehr, sehr weit und überall suchen wir die ganzen ich bin dafür mit Laufen einmal alles ja, dann laufen wir ganz weiter, sterben wir ja, da finden wir die Sachen nie wieder und ja genau so ja, die beste Taktik hat bis jetzt immer funktioniert ja, auf jedem Sauber ja ich hatte ja schon mehr, das aber nur einen mit Mitz, der er ist so blöde für das Leben, das aber zusammenbringt dann mein Privater, den haben wir und mit Bayer hatte ich einen die haben wir dann aber leider aufgegeben, da wir jetzt den Games aber haben und wir dachten, das wäre eine bessere Idee und die Idee wird hoffentlich auch aufgehen naja, Acker ist der schon und dann der Server der Server ist noch weiter nein, er ist seit gestern ohne weiteres gleich seit gestern, vorgestern und ja Back4DRP Beschreibung weiter ja, der PS in der Beschreibung und Leute auf diesen Server könnt ihr spielen One in the Jamper Capture the flag, Survival Games und was noch was noch was kann denn noch machen Split, Split mit Ampate Gems wir haben das Einkommen und Survival Games mit Kids also HGAS quasi ohne Abbau, wer die großen HGAMs aber kennt und wir wissen, ich glaube es dort schon gibt, aber ich hatte die Idee so Kids Survival Games ja wir haben jetzt dort die Players programmieren können und ja wir werden die beauftragen Ions fehlt aus zu großer Höhe wir werden sie beauftragen und so etwas zu bauen oder zu erstellen, wie immer programmieren programmieren, ja weil eigentlich ist Players programmieren gar nicht mal so schwer ich habe es mir schon mal angeschaut mit Eclipse nur aber man muss die Ideen haben und wir haben recht und wir haben nicht gehört wir sagen, wir sind für die Eisen wenn man Ideen hat, warten, bauen will, geht es nur, muss man wissen, was man will ja, wenn man will wissen, was man will ja, wenn man will wissen, was man will ja, wenn man will wissen, was man will keine Ahnung, was ist gerade ausgelaufen ja, wo bist du ich bin irgendwo warte mal 261 das ist ziemlich breit, ich kann mir keine Ahnung nicht anschauen weil ich mit F3 die Aufnahmeeinander okay, das ist leicht blöd, aber dann drück mal bei Jokas gute Idee also, wo ich bis zum nächsten Mal weg weil ich jetzt anprogramm bin und ja, äh das war es gleich mal für die erste Folge, oder? ja und wir sehen uns beim nächsten Mal tschau